Warte, 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 warte. Es gibt sicher einige unter Ihnen, die sich fragen, warum ist das so kurz? Sicher, sicher. Das werden sich einige fragen, warum ist das so kurz? Ja. Ich hatte auch Mühe am Anfang, ehrlich gesagt. Sag mal, kannst du mir noch etwas zu tun? Zieh doch mal diese blöden Perücken ab. Schon Bertolt Brecht hat gesagt ... Das ist keine Perücken. Ja. Schon Bertolt Brecht hat gesagt ... Das ... Du hast den ... Oh. Put your glasses on. Everybody. And thanks a lot. You're a wonderful audience. Thank you. Thank you. Spread the word. Visitors on Facebook. Good night. Ja, ha, ha, ha. Ja. Meinen Sie eigentlich, wir machen das da wegen lustig? Nein. Haha, ha, ha, ha. Haha, ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Ich bin da nicht persönlich. Er meint es nicht böse. Glaub. Was sagt ein Schaf, das auf dem Rasenmäher sitzt? Oder was sagt ein Ballon auf dem Igel? Sagt ein Ballon zum Hund Platz? Sagt der Hund zum Ballon Platz doch selber. Vielleicht kommt sogar noch ein Hirsch? Platzhirsch? Äh, sag mal, da musst du ja nur den Mund aufmachen und schon lachen, die Leute. Du hast ihm wohl recht. Da könnte man auch, jetzt ausnahmsweise, heute ist es ja ein bisschen spät, könnte man auch mit jemandem hingehen, oder? Ja, ich gehe immer alleine. Aber man könnte auch mit jemandem, also wenn ich jetzt dich wäre, ich nehme mich mal mit. Auge in Auge mit 650 Leuten. 1'300 Augen, die mich so anschauen, leck, das wird extrem privat. Doch, wir hätten doch zum Beispiel noch ganz viele... Äh, aber wir könnten doch zum Beispiel die Szene machen, wo du... Äh, stell dir vor, wir würden den Moment machen, wo ich dann am Katier... Aber wie wäre es denn, wenn ich jetzt würde? Aber wir... Und wir... Was wäre denn der Mittelteil? Rö-Tter, 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 rö-Tter-Ö-Tter, rö-Tter, rö-Tter, rö. Melkst dir grössal allein, alle weg drausi der truth in die Kirche, finnisch Kieferwäldchen, undKnonnet nicht noch's, wir bl util singt d' t' Rö. ...dorötterö... ...dorötterö... Okay, du bist... ...Sentis! Die Tür ist da? Nein! Nein, die Tür ist nicht da! Dir fehlt es an Fantasie? Nein, mir fehlt die Tür! Und... ...zu, zu... ...zu, zu... ...zu... ...zu... ...zu, zu... ...schnupfst du in deine Stellflächen? Was? In meine was? In deine... ...in deine Füsse? Ja, aber dann sag doch Füsse, wenn du Füsse meinst. Stellflächen... Ja, hallo, bin ich ein Schrank? Dann kann man sagen so, du, was machst du so am nächsten Glaswassertag? Ich mach Brücke! Kennen Sie die mit der Küchzeit? Die, die immer auf den Zug zäcklen, ganz egal, wann er fährt. Hauptsache, sie können zäcklen! ... ... ... ... ... ... ... ... Acht! Aha, verschrocken, oder? Selber die Schuld haben die erste Reihe gelöst. Man, 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 man. Visitors on Facebook. Lachlich. Good night. Also, hast du noch ein Schlusswort?